Nach der vierten Runde in der Aten-Reit-Gemessieger, wir unterliegen hier bei der Wiener Ausführung mit 1-2. Schertkopf, Thomas Silberberger, dein Statement zum Spielbieter. Ja, ein extrem bitterer Nachmittag, wenn du sechs Minuten übergezogen bist, wenn du dann bei der Gegendore so selbst verteidigst und wenn du dann techt. 3-Legst-Tritzer, Rogel 3, so geht es einmal tausend, der Lin-Logstner ist auch in 60 Minuten übergezogen, der Lehrer vom Platz ist extrem billig und ist extrem bitter. 3-Legst-Tritzer, der Lehrer auf die Karte ist. die Chancen bei 0-0 und bei 1-0 gehen auf der Basel. Bei letztem musst du ja erstmal die Hünderung zusammenbringen, dass da kein Gausch ist. Und da steht es 1-1 nach 6-6 Minuten im Gegenzug. Können wir, wenn wir vergessen, auf der Mittellinie einfach einmal ein Spiel erhalten, ein taktisch Stahl machen, vergessen wir. Und dann bis 2-0 hin. Der Ansatzgerichter hat uns schon wieder zurückgebracht. Wir waren zwar drückend überlegen, aber du hast richtig gesagt, wir sind nicht mehr wirklich gewinnend worden bis auf die Chance pritzen, wobei das genügt. Nur ein Hunderter nachher ist nicht genügt. Wenn mein Spiel ist jetzt 2-2, ich glaube, ich habe die Chance, wo er in der 70. Minute ist. Und dann hast du noch 20 Minuten, 25 Minuten Zeit, hast Freizeit zu spielen und so läuft irgendwann die Zeit. Über die Uhr und die Ausgleichs sind auch gut verteidigt. Das machen wir. Und es ist ja nicht so, dass ich ähnlich wie Red Bull und Sturm Graz extrem viel reinbringe. Es ist ja, jetzt kann man nicht um den Spieler auf der zweiten Rollmannschaft sehen, bei mir rein. Es ist ein Ding. Ja, es ist super, bitte. Er hat, ja, was soll ich sagen, also die Chance war so, boah, zu acht klein auf der Pause. Er ist natürlich einmal gut. Er hat einen guten Diefgang, die Rote Karten hat er gut ausgehalten. Ja, er braucht Anlaufzeit. Er hat, ich glaube, auch Primavera gespielt, wie die letzten zwei, wo es das Thema sind. Wie Baden-Schreisen und Freione, bei Juve hat auch Primavera gespielt, bei Santoro Dino. Er hat Potenzial, aber er braucht ein bisschen. Ja, wir wollten aber etwas ändern in der Positionierung und es ist extrem schwierig, Anweisungen zu geben, weil es relativ laut war und extrem schwierig, die Anweisungen dann in die andere Seite zu transportieren. Das genommen haben wir es versucht mit dem Fettbewerb, weil es ist so, wenn ich ein Rennen und ein Spieler was sagt, kommt drin komplett was anderes an. Gut, ich kann nicht fangen, wie. Danke. Wenn du am Fettbewerb. Ja, das ist ja gut.